Hallo, Freunde und herzlich willkommen zu Tag 10 meines Minecraft-Advents-Gleiners. Heute ist mal wieder eine Zahl versteckt. Das hier ist keine der Zahlen aus dem Video. Und ja, heute sind wir in einem Büro, wie man ja sehen kann. Oh, nein, das gibt es ja gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Also, das ist auf jeden Fall ein ziemlich langer Parcours heute. Und ja, ein ziemlich schwerer, glaube ich, auch mal. Wie soll ich das denn schaffen? Was? Wie zur Hölle habe ich das denn jetzt geschafft? Okay. Oh, scheiße, das war ja auch mal richtig knapp jetzt. Alter, was ist denn los? Puh. Ähm. Okay. So. Schauen wir mal, ob wir den Jump auch noch machen. Oh. Nice. So, jetzt ist es aber schwer. Oh. Dachte ich mir schon, dass ich die Falltür irgendwie ausklappen muss. Okay. Oh. So, auf die Leiter. Okay, jetzt auf die Falltür. Das wird schwer. Oh, geschafft. Gut. Oh, yes. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, da auf den Zaun. Das wird auch wieder schwer werden. Okay. Mal gucken. Vielleicht wird es ja was mit diesem Sprung. Oh. Und es ist tatsächlich aus geworden. Unglaublich hier, was ich da mache. Okay, und Jump. Yes. Hier ein Loch. Oh. Okay. Oh. 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 Das war mir wieder knapp. Alter Falter. Ähm. Okay. Äh. Wo muss ich jetzt hin? Ist da wieder ein Schalter versteckt, ne? Muss ich dahinter? Hä? Wie? Ich kann doch jetzt nicht von hier dahin, oder? Kann ich sofort springen? Das geht ja gar nicht, oder? Ja. Ich glaube, ich muss von hier da rüber. Jawohl. Und rein mit mir. Super. Läuft der wie geschmiert jetzt gerade? Ist hier noch eine Falltür, oder so? Ne. Okay. Müssen wir da rüberjumpen. Huah. Yes. Alter, bin ich gut. Ähm. Okay. Ich schätze mal auf die Torch. Oh, yeah. Jawohl, Mann. Okay. Und jetzt. Ich denke mal. Ich muss hier so. Ja. Jetzt hier. Okay. Ist es das? Jawohl, Freunde. Das war's. Das ist auch schon mit Tag 10. Das war vielleicht jetzt die, äh, der kürzeste Tag meines Adventskalenders bis jetzt. Hat vielleicht so 5 Minuten gedauert oder drunter. Sonst haben wir immer alle 10 Minuten ungefähr gedauert. Durchschnittlich. Ähm, ja. Oh, ist ja auch mal schön, wenn das Video ein bisschen kürzer ist. Bis... Blah. Wenn das Video ein bisschen kürzer ist. Oh Gott, Alter. Wenn das Video ein bisschen kürzer ist. Weil dann könnt ihr auch die Zahl ein bisschen leichter finden. Obwohl ich die eh immer ziemlich leicht verstecke eigentlich. Also ihr findet die auch immer ziemlich einfach. Sehe ich immer in den Kommentaren. Und ihr postet die auch immer in die Kommentare, was ich überhaupt nicht verstehe. Wahrscheinlich wollen die meisten von euch einfach gar keine Giftcodes. Aber, na gut. Kommt ja im Endeffekt auch dann drauf an, wer die Zahlen alle schickt an mich. Der kann ja dann bloß aus gewinnen. Na gut. Also, Freunde. Das war's dann mit Tag 10. Wenn ihr gefallen habt, wäre eine positive Bewertung echt nice. Könnt auch die anderen Folgen noch anschauen, falls ihr noch eine Zahl noch nicht gefunden habt. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis morgen um 15 Uhr. Und tschüss. Also, das ist auf jeden Fall ein ziemlich langer Parcours heute. Und ja, ein ziemlich schwerer, glaube ich, auch mal. Und ja, ein ziemlich schwerer, glaube ich, auch mal. Und ja, ein ziemlich schwerer, glaube ich. Und ja, seid ihr안ون für euch. Und ja, haben wir ja auch nicht deplchten.